Schönen guten Tag zu Let's Play! Schönen guten Tag! Mein Name ist Daniel Pizzo. Wie sieht mein Texture Pack ziemlich komisch aus mit der Rüstung? Oh ja! Du hast so einen Nasenschutz bei mir. Nasenschutz habe ich, ja? Ja, Nasenschutz. Was hast du denn für ein Texture Pack? Kann ich mal nachgucken? OsoCraft. OsoCraft natürlich. Ich habe Sfax. OsoCraft ist besser. Wir wollten jetzt Dungeon 2 suchen. Richtig! Ich habe eigentlich das ganze Inventar voll, aber YOLO. Du wolltest doch eigentlich das Haus bauen, kann das sein? Ja, das habe ich ja groß und teils fertig. Dieses Ding, ne? Das machst du jetzt mal tot. Ja, dann lass mich da auch hin, du treu. Dankeschön. Das läuft nämlich schon seit Folgen. Ja, so lange haben wir das noch gar nicht. Auf was für einen Schwierigkeitscard haben wir hier eigentlich? Normal. Wir sollten aber eigentlich auf easy spielen. Ja, aber dafür haben wir ja Keep Inventory 2 an. Haben wir doch gesagt. Okay, dann lassen wir es eben da aus. Wo gehst denn du lang, Alter? Ahnung. Das ist der völlig falsche Weg, Alter. Oh, hier ist der Dings kaputt. Bei dir ist einiges kaputt, Alter. So. Ja, da unten ist auf jeden Fall kein Dungeon 2. Ja, das ist ja auch viel zu weit weg. Ist viel zu weit, Alter. Ja, ja. Ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal. Hui! 6, 7, 8. Ja, 6, 7, 8 ist noch zu heavy für uns. Nur mal reinschnuppern. Hallo? Phipps, nein. Nur mal reinschnuppern. Oh. Tot. Wo? Klatschst du die Bitch einfach mal weg? Geh hier raus, geh hier raus, geh hier raus. Hab ich doch gesagt. Aber nein, ich weiß ja alles besser, Phipps ist wieder am Start. Der, der, ich weiß ja alles besser, Phipps ist wieder am Start. Ja, ich geh jetzt Lava. Ich geh jetzt Lava. Toll. Ich geh jetzt Lava. Toll. Mich lässt die jetzt zurück, oder wie, oder was? Und jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ich geh auch Lava. Lava, Lava, tot durch Lava. Auch Englisch. Ähhh, da hinten lang meinste? Meinste, meinste, meinste? Ja, ich bin jetzt so im Obsidian. Kennste, kennste, kennste? So. War hier unten vielleicht Dungeon 2? Dungeon 1 ist hier. Waren wir da drin? Nein, da waren wir noch nicht drin. Ah, dann geh ich da rein. Au, Skelet, Skelet, aaaaah, aaaaah, alter, what the fuck, ein Mini-Zombie, aaaah, Hilfe, wow, ich sterbe, Mini-Zombie, alter. Die sind aggressiver als die Zombies, also als die normalen Zombies. Schneller, alter, what the fuck, bist du hier runtergegangen, hallo, wir stecken Reeper, boom, ups. Ah, was zur Hölle? Ich glaube, wir sollten die Game-Roy echt nicht so ausnutzen. Ja, das solltest du eher runterlassen. Alter, diese Spinne, die kackt mich voll an, alter, kackt mich an. Mehr als das. Bist du nicht runtergegangen? Hast du runtergegangen? Ah, hier war's doch, haha. Oh, hello, okay, vielleicht schaffen wir's ja heute noch ein bisschen. Ah, ich hab noch eine Spitze, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann ja nicht blocken damit, ne? Erstmal hier den Creeper-Spawner abbauen. Ja, natürlich. Mit meiner Ultra-Spitze, Alter. Junge! Mit meiner Ultra-Spitze habe ich erst mal den Creeper-Spawner abgebaut, alter, 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 was da los? Wo bist denn du? Komm mal klar auf dein Leben. Ich bin wieder auf dem Weg, Mann. Komm mal klar auf dein Leben. Wir haben das schon. Komm mal klar, Alter. Komm hier rüber, komm hier rüber! Ja. Ich hab's geschafft! Oh, hier ist ein Gas. Oh! Wie kommt der denn da hin? Äh, hier sind Zombies, 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 Zombies! Ahhh! Ja, lenkt die mal für mich ab, dann. Hallo! Lenkt mir die Eier. Schwert! Alter, ich bin tot, ne? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich muss mal den Gas-Spawner hier abbauen. Ach, jetzt nimmt er wieder die Kack-Spitze in die Hand, Junge! Danke! Ah, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. 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 Ich esse ein Zombie-Gehirn. Okay. Was ist hier drin? Wolle. Stimmt, wir könnten eigentlich Zombies töten. 27 graue Wolle. Theoretisch. Äh, du... Nein! Ähm. Danke für die Info, Fips. Bitte. Du bist voll dein netter Typ, weißt du das? Lock dich mal kurz aus, bitte. Ich bin gleich tot. Lock dich halt mal kurz aus, weil dann schlafe ich hier schnell mal. Äh, geschweige denn, ich finde unsere Betten. Ah, hier. Okay. Jetzt können wir hin. Ich sag Bescheid, ich sag da Bescheid, Bescheid. So. Fertig? Warte. Jetzt, jetzt, so kannst du was auf dem Server, Alter. Soll ich hier runterspringen? Soll ich da runterspringen? Niemals. Solches tun? Ich hab keine Zombie-Gehirne mehr. Das macht mich traurig. Oh. So. Warte mal. Kannst du mal hier einen Obsidian bei mir abbauen? Damit die runterkommen. Brauchst du jetzt mal eine Spitzhacke oder wie? Ja. Ne, ich könnte ja auch mit der Steinspitzhacke da draufklappen. Könntest du denn? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wo bist du? Und das tue ich auch gerade. Oh. Bist du hier hinten. Auf den genau unter mir bitte. Oh. Den hier bitte auch noch. Den da oder den da? Den unter mir. Und das noch einer. Oh. Wie lange essen das? Noch einmal bitte. Jetzt. Nein. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Warte. Ey, die geht kaputt. Wer geht kaputt? Der Stein geht kaputt. Ja, mach doch mal einen bitte. Cool. Dankeschön. Hier ist zwei oder was? Dungeon 2. Deswegen haben wir den nicht gefunden. Kannst du mal sehen. Also das war jetzt Dungeon 1. Gab's da irgendwas? Hm. Wie viele Minuten haben wir denn? 6 Minuten. Wie lange brauchen wir denn so? Boah, ich weiß das gar nicht. Da hab ich mich erschrocken, man. Du darfst nicht einfach so durch mich durchgehen. Also ich kann schon. Ja, aber du darfst nicht. Hier ist überall Kohle. So viel Kohle. So viel Kohle brauchen wir gar nicht. Wir haben ja auch nur 5, 6 oder so. Und paar Kohleblöcke. Ja. Man kann ja nie genug haben. Ah, hier ist Redstone. Redstone. Ich falle, Alter. Ich falle. Noch eineinhalb Herzen. Ich glaube, ich bin leicht am Arsch. Schau dir den Spawner ab und ich mach. Welchen Spawner? Wo ist der Spawner? Da, hinter dir. Ach da. Loll. Oh. Hier wird's eng. Das... Aber ne, ich sterb nicht. Ich sterb nicht. Ich sterb nicht. Ja, alles cool. Alles cool. Alter, wo ist denn hier noch ein Spawner? Ich spawne dir schon gar nicht, ne? Das ist... ...inkorrekt. Ja, what the fuck? Spawnt er direkt von meiner Nase, Alter. So. Jetzt hab ich zwei Spawner erlegt. Erlebt. 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 Hier werd ich nicht bei 1, ne? Ja, ich kann nicht. Hier sind überall Monsters und Monster. Das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Natürlich ist das kein Grund. Das hier überlege runterzufallen. No, ich überleg grad, ob ich hier irgendwo... Es gibt's doch gar nicht. Lecken wir doch die. Der kam einfach mal von der Seite, die miese Sau, Alter. Einfach mal von der Seite gefickt. Verpiss dich, du schöne Skelett, Alter. Nein! Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Nein! Ich will nicht! Er hat ne Schaufel in der Hand. Okay. Ach, genau. Ist überhaupt nicht unfair. Was? Zwei Skelette, ein Zombie... Und ich bin tot. Ein... ein... ein Zombie? Oh, was geht denn hier schief? Was geht denn hier schief? Ah! Er spreng dich halt. So, dankeschön. Lucky Bastard. Alter Armee! Ohne Witz! Ohne Witz! Ohne Witz! Armee! Armee! Zombie Armee! Invasion! Ah, geh doch einfach durch! Geh doch einfach durch! Mit dem Steinschwert! Ja. Wow! Alter! Du Spacko! Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Halbes Herz! Wow! Geil! Muss ich mich erst mal regenerieren. Da ist ne Kiste. Hast du die schon gelootet? Ja, da war Wolle. Wolle? Was für welche? Bauel. Bauel. Okay. Die brauchen wir, ne? Das weißt du. Ne. Hab ich verbrannt. Äh, wo bist du langgegangen? Ich find mich hier nicht zurecht, Alter. Und hier oben sind 500.000 Zombies. Zombies. Zombie. Hey. Warum hab ich nur so... Lalalalalalalalalala. Sag bloß. Lalalalalala. Tot. Oh, doch nicht. Tot. Loll. Aber... Oh Gott, habe ich das Herz! Also irgendwie macht das langsam den Spaß mehr. Oh. Naja, du musst halt mal ein bisschen besser spielen. Bitte. Bitte. Okay, okay. Wir haben ja nicht so umsonst so viel Potions. Das da theoretisch könnte ich das Ganze benutzen. Yes. Strange nehm ich mit, da nehm ich mir Instant Health mit, da nehm ich mir Regeneration mit. Speed nehm ich mir mit. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Nochmal Instant Health. Done. Nochmal Speed. Mach da erstmal hier einen auf Potion Master, Alter. Was geht denn da unten schief, Junge? Wo, wo kommen die denn her? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Jetzt geht's ab. Ah, jetzt hab ich schon mal gesagt. Wie wär's mal mit nem Eisenschwert? Ja, wo sollen wir Eisen herkriegen? Du wolltest ja den Dungeon noch nicht machen. Du wolltest ja den Dungeon noch nicht machen. Du wolltest ja den Dungeon noch nicht machen. Ist ja dein Pech. Du wolltest ja den Dungeon noch nicht machen. Ich bin Philip. Nein. So heiß ich nicht. Jetzt komm doch einfach runter. Hier. Wo denn? Hier. Ah, hallo. Ach, hier geht's runter. Schau mal einen an. Hast du hier einen Jump'n'Run gebaut oder wie? Oh, einen Jump'n'Run. Ja, aber wie wir hochkommen weiß ich noch nicht. Na, ich auch nicht. YOLO. So, wo geht's denn hier jetzt lang? Ich hab da oben jetzt 500.000 Zombies gefühlt gekloppt. Gefühlt. Wirklich, da waren zu zweit. Nein! Alter. Mach mal nicht solche Scherze hier. Du brauchst an Zombiefleisch liegen. Alter, Alter, Alter. Iss mal dein Zombiefleisch, Junge. Guck mal, wenn du hungrig wirst, wirst du zur Diva. So. Das ist jetzt nicht mehr witzig. Wenn ich jetzt sterbe, dann. Ich hab 28 Level. Ich könnte mal was verzaubern. Können wir Bücher verzaubern? Ah, ha, ha, ha. Hallo. Wow. Ey, da unten bin ich auch. Der hat mich von hinten gefickt. Was? Ja. Warte. Ich muss hier raus. Ne, warte mal. Wo geht's denn hier hoch? Ja. Ne, warte mal. Wo geht's denn hier hoch? Wo geht's denn weiter rein? Also, wir wollen ja theoretisch zu den Kisten. Kisten. Ich mag Kisten. Hier unten ist Redstone. Ich nehm mal an, hier sind auch die Kisten. Können wir den Redstone gebrauchen? Nö, ich denk mal nicht. Ja, nö, Alter. Wofür sollten wir den gebrauchen? Ja, weiß ich nicht, Alter. Vielleicht so voll so Barbar mäßig, weißt du? Aua. 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 WTF riegt dich ab. Alles. Alles unter Kontrolle. Alter, jetzt kommen die hier rein. Die kommen hier rein. Jetzt noch Mini-Zombie. 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 Du hast doch schon ein Schwert, Alter. Knall die halt ab. Oder sowas. Ja. Tot. Wenn du mir da vorläufst, dann wird das nicht. Ja, nee, weißt du? Ja, nee. Haben wir denn irgendwas, was wir zu einem hochwertigen Schwert verarbeiten können? Nein. Hier ist doch Sign, Fire Aspect und Knockback 2. Was wird da los? Warum benutze ich nicht das Schild, Alter? Das Schild. Weil das beschissener ist als so ein... Schild of Doom. Oh, ich hab ne Kiste. Schön, dass du ne Kiste hast. Ich hasse dich. Oh, ne Eisenschwert. Ich hasse dich. Geil. Her damit. Her damit. Ohne Witz. Ich bin gleich tot. Ja, ist ja egal. Gib inventory, ne? Ja. Ja, und das wird cheaten. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, ich bin hier schon zu oft gestorben. Au, ich brenne. Ich bin tot. Au, ich brenne. Ich bin tot. Toll. Da unten war aber noch mehr. Oh, ich brenne. Wie viel, wie viel... Wir waren ja an der Bücheregale. Äh, 13 Minuten. 14 Minuten. Ja. Dann. Ernsthaft. 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 What the fuck? Stirbst du auch mal? Nein. Das sieht mir so wenig ab. Äh. Okay. Das sieht's gleich selber an die Schild. die Lava springen möchte. Jetzt habe ich das Schild kaputt gemacht, glaube ich. Nun, ja. Äh, echt? Ja, ich habe Sing, ich habe Sing gebaut und wieder abgebaut. Ah, du bist so ein Idiot, Alter. Du bist so ein Idiot, Alter. Du bist so ein Idiot. Scheiße. Okay, wir machen erstmal hier Folgenende, weil ich fühle mich beleidigt von Fips. Ja. Gib mir das scheiß Eisenschwert, du Babo. Du hast es doch. Hab ich. Hab ich. Na gut, dann bauen wir in der nächsten Folge ein paar Bücherregale hin. Ich hole jetzt meine Waffens auf dem Ofen. Auf dem Ofen. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen. Und tschüss und so. Ja. Amen.